Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur dritten Ausgabe von der No-Boost-Channel. Schaffen wir es heute eine Runde ohne Boost zu gewinnen oder sind wir immer noch die größten Noobs für unsere Gegner, weil sie denken, so was machen die denn dafür ne Scheiße? Mit dabei ist der gute Nekor. Hallo? Wir legen sofort los. Bevor das Video jetzt losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis zu meinem Partner Aoware. Auf der Seite könnt ihr Rocket League Keys, Items und Chests kaufen und verkaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyArt bekommt ihr auf euren Einkauf nochmal satte 3% Rabatt. Der Link ist in der Beschreibung, checkt ihn gerne ab. Okay, wir sind da. Okay, ich bin da. So, willkommen zurück Leute. Ich fahre mal an. Ja, warte, willkommen zur nächsten Folge, ich mach mal keine Moderation. Was, ich bin noch da? Achso, ich bin da, ich bin da, aber ich hab mich gemutet. Aber ich bin da. Ich war, ich war nur kurz Wasser holen Leute, alles cool. Okay, dann tu ich ja. Ah, ich kann ihn vielleicht da erwischen. Ja, der ist drin, schade. Ja, die sind auch glaube ich sehr, sehr gut die beiden. Das wird glaube ich echt schwer. Aber jetzt bin ich aber voll und ganz da, ich muss nur eben kurz noch Wasser holen. Ja, guck mal, aber die machen das schon. Also Menschen, die trinken müssen. Ja, trinken ist wichtig im Leben. Wir müssen schon Wasser trinken Leute. Oh, der hat verkackt, Gott sei Dank. Ja, vielleicht eine Chance. Ne. Schade. Ey, das ist so sch... Nein, ich komm nicht. Oh, ich auch nicht. Hast du aber nochmal. Come on! Mann, ist es so schwer. Der eine ist afkar. Oder doch nicht. Ne, leider nicht. Aber er macht ihn zur Seite. Und er kann, und er kann keinen Halflip. Come on! Beides gut. Come on! Versuche es. Ja! Oh mein Gott. Ach so. Ne. Ich weiß nicht, wie ich an so einen Ball ran... Okay, alles gut. Aber nochmal rein. Oh, geiles Ding, Alter. Er bekommt ihn nochmal so schick hoch, ey. Oh nein, ich mach wieder einen Doppelsprung hier. Woll ich eigentlich nicht. Alles gut, er ist weg. Oh, er geht genau ins Eck. Oh, scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Ich will... Ich will so gerne in der Luft mehr anstellen können. Das ist so... Es tut so weh, irgendwie, dass man nix anstellen kann in der Luft. Du drückst die ganze Zeit trotzdem die Boost-Taste, ey. Ja, ja. Es kommt. Es kommt einfach nichts. Schaffen sie nicht. Hast du einmal? Oh, sowas müssen wir machen. Ja, genau. Das will ich auch immer machen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das war richtig Zucker. Und so muss es immer laufen. Genau so. Schöner Pass, schöner Schuss. Schön angenommen, ausgetrickst. Leichtes Abseits vielleicht. Mal gucken, ne. War Richtung Tor. Den machen aber auch Anstöße, ey. Oder den mal entspannt, den Ball. Schönes Ding. Der andere ist gerade nicht da, irgendwie. Einmal gegen die Bande. reinzuspielen. Ah, zu hoch, sorry. Ah ja. Ja, aber egal. Ja. Ah, schade. Schade. Ich geh mal drauf. Im Tor. Deiner. Ja, ja. Yes. 2 zu 2, Leute. Und genau noch 2,50 zu spielen. Achso. Ein Tor noch und dann einfach nichts wegfassieren. Das wäre super. Ja, aber wir können es euch hinten reinstellen. Das geht einfach nicht. Weil hinten reinstellen heißt, gleichbedeutend Gegensor. Leil. Hast du den nochmal? Ich glaube schon. Ich musste den so nehmen, ey. Aber geil. Ja, alles super. Ah, ich geh nach hinten kurz. Okay, super. Oh nein, den musst du nochmal haben. Hab ich. Hinten. Na. Aua. Oh, sorry. Aua, wie du mich da wegboomst, ey. Hast du nochmal? Ja. Ja, alles super. Hinter dir aufpassen. Ich hab auch keinen Booster-Typ. Hoch damit. Ja. Ach nein, schade. Hab ich. Knapp, ey. Der ist eigentlich ganz geil, ne. Hat er nicht. Ich bin mit dem Verbußbar, der perfekt. Ja. Der auch. Ja. Oh, der auch eigentlich. Oh. Das tut so weh. Oh, oh. Wir müssen ins Tor. Alles gut. Die machen auch nicht so viel mit Rußen. Vielleicht wollen die auch ohne Boost jetzt spielen. Oh ja, mach ihn rein, Junge. Ja. Schade. Oh ja. Oh, oh. Er rand mich noch weg. Hab ich nochmal. Oh ja, der ist gut. Oh, fuck it. Fahr zurück ein bisschen. Junge, nice. Hab ich nochmal. Ja. Oh, shit. Genau so, wie ich wieder hab. Leute, wir führen. Drei zu zwei. Cool. Oh. Das erste Mal, dass wir führen, ne. Ja, überhaupt. Ne, wir haben, glaube ich, kein Freestyle, please. Ja, mach doch. Antizipieren ist hier das Motto. Pass spielen. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja, deiner. Hei, 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 hei. Hab ich noch. Ey, mach kurz so. Oh, okay. Und so. Und du. Ja, ich versuch das. Oh, ich geh ins Tor. Oh Gott, wir sind ganz kurz davor, Leute. Dann bin ich nochmal zurück. Oh Gott, der ist gut. Geh du hin, ich geh ins Tor. Ich dachte, du bist im Tor. Ich dachte, du wärst rausgefahren. Ne. Oh, gerade warst du berührt. Deiner. Nein, scheiße. Du musst man auch voraussehen so. Ja, ja. Du musst halt immer vorausspringen, die Bälle. Ja, ja. Abgeluckst hier. Okay, ich bin im Tor. Nice. Äh, Mitte meine ich. Okay. Nicht so nice. Hab ich. Oh Gott, Ball kommt. Hinde mal, ne. Hast du nochmal? Ne, leider. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, berühren einfach nicht. Oh, oh. Huh. Schönes Ding. Ja. Wir haben ein Spiel gewonnen, Leute. Wir sehen uns gleich zur zweiten Runde wieder. Jetzt kommt die Winstreak des Todes. Bis gleich. Okay, Leute. Willkommen zurück. Zweite Runde. Und jetzt ein Doppelsieg eventuell. Es wäre uns echt zu gönnen. Also, ich finde die Runden echt super cool. Ich weiß halt nicht, auf welchem Niveau die anderen so spielen, die wir immer so zocken, hier unranked, aber es ist schon geil. Also, es ist schon hart irgendwie. Oh, oh. Echt gut. Ich hätte da fast einen falschen Anschluss gemacht. Okay. Den habe ich nochmal. Okay. Ich bin Mitte. Ah, da habe ich die beiden Füße nicht auf dem Boden bekommen. Der ist drin. Oh mein Gott. Der geht. Der ist drin. Lol. Nicest Ding. Das ist ein Wunder gerade. Ja, es läuft aber gerade richtig hier bei uns. Ohne Boost. Ich wäre auch da gewesen. Ah. Ja. Aber ich habe die. Ich werde beim Tor stehen jetzt. Ich will jetzt nicht irgendwie einen Fehler machen oder so. Alles super. Geiles Ding. Ich bin handy. Oh, wir sind aber auch nicht gut, glaube ich. Gut für uns. Der ist weg. Oh, der geht nicht. Oh, danke für dich. Schönes Ding. Leider nicht rüber. Aber jetzt. Ah. Es ist so schwer. Da wollte ich ihn mal kurz abstocken. Ja, die nicht. Nee. Hast du vielleicht nochmal? Ja. Oh. Ja. Ja. Genauso vor wie es ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte ihn genauso und dachte mir, scheiße, das wird nichts. Irgendwann gibt es dann ein Ranked, oder? Alter. Ohne Witz. Mega nice. Ah. Okay, let's go. Okay. Nice. Ich nehme. Okay. Vor. Fahr mit. Ich bin wieder zurück. Ja, ja. Was ist das? Schön gemacht. War der ja Tino mal, oder? Nee. Du? Ja, ja, ja. Schön. Warte, er nochmal. Hab ich. Okay. Schönes Ding. Mitte. Ah, zu hoch. Oh, ich war zurück. Ja, mach das mal. Ich komme. Oh, beide fliegen drauf. Oh, ich bin wieder auf. Hä? Schönes Ding. Ja. Der ist drin. Mua. Die sind wirklich nicht gut. Also, das ist halt, wir müssen ganz viel passen und ganz viel taktisch spielen, um so Runden zu gewinnen. Aber das klappt echt gut gerade. Aber die spielen da glaube ich nicht so ernst. Ich glaube, die könnten ein bisschen ernster spielen. Hab ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie die spielen. Und überhaupt nicht so gut sind. Der ist drin. Der hat weh. Der hat richtig viel. Aber ich hab extra den Backflip gemacht. Und jetzt wollen sie ja triggern, oder was? Ups, kein Problem. Ah, könnt ihr einen zusammen erwischen. Okay, aber ich bin fast da gewesen. Aber du bist zur Boost gefahren, oder? Nee, nee, nee. Ich bin in die Mitte. Ich bin in die Mitte gelaufen. Ja. Oh Gott. Ja, genau. Ich hab nicht gewartet. Wollte dich antipsen vor ihm. Ja, ja. War auch besser so. Ah, schade. Alles gut. Ah, ich geh da mal drauf. Okay. Oh Gott, nee, den kannst du nicht. Nee, nee, musst du auch nicht. Der tut weh. Der tut weh für die. Lol. Was machen die Linder? Oh, den hole ich mir. Ja, wird schwer. Ach, Quatsch. Hab ich? Nicht. Sorry. Aber den hab ich. Der hängt im Tor. Oh, ja, hast du aber. Easy. Oh, ich würd so gerne mit Boost jetzt fahren. Oh, scheiße. Das wäre ein Easy-Tor gewesen. Ja. Oh, der könnte auch gehen. Gerade. Oh, oh, oh. Oh, mein Gott. Oh Gott, spielen wir das gut gerade. Es macht gerade richtig, also es macht gerade mehr Spaß als Rank-Spiele. Ganz ohne, ohne, ohne Scheiß jetzt, ne? Ohne Boost macht es so Spaß zu spielen. Ja, ja, ihr sollt ja in die Kommentare schreiben, was für ne Fick-Coole. Na. Hö. Kann er da nicht schnell schießt, ne? Das ist das Problem, ey. Deswegen haben die trotzdem noch genug Zeit. Den hast du aber. Ah, ja, hat der selber weg gespielt. Oder so. Oh, schön. Aber der kommt trotzdem. Ja, leider. Ja, ich darf Boost. Ich hab Boost, aber... Ja, ich auch. Voll. Aber ich kann ihn nicht nehmen. Ist noch nicht drin. Leider. Nicest Ding. Das ist, äh... Bisschen schade für die auch. Ja. Einmal, einmal spielen. Ah, schade. Oh, ich wollte ich Sansa spielen. Hab ich aber nochmal. Ja, also nicht. Ich hab ihn nicht. Bespät gesehen. Oder gehört. Aber er ist noch nicht drin, oder? Ne, alles easy. Jetzt weg ein bisschen. Ja. Ich komm nicht nach vorne. Nicht ein bisschen. Schade. Oh. Ah, Mist. Hast du vielleicht nochmal? Schade. Ich bin im Zoo. Ah, ich komm an den Ball sogar noch ran. Hab ihn weggeschubst? Lol. Ja, er hat mich weggeschubst. So, er ist weggeballert worden. Der ist für dich. Ja. Oh, schön ist die. Du bist tot. Lol, schade. Aber aufpassen, 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 aufpassen. Spawn, mein Junge. Ach. Schade. Das ist fast unmöglich. Ja, ja, ja. Minütchen noch. 4 zu 2. Ja, sieht gut aus. Aber du hast überhaupt solche Tore machen gerade. Ja, also es sind echt, echt nice Tore. Bavor. Ey, den hab ich nicht. Alles super. Ja. Wow. Wow. Also 3 gegen 1 ist auch natürlich mal ein schöner Challenge. Die 3 gegen 1 nur Boost Challenge. Yo, 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 yo. Nice. Schön wieder gut gemacht hier. Ja, 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 mach es gut, Junge. Nice one. Ha, ja, ja, es macht so Spaß, Leute. Es ist echt lustig. Ich dachte eben, der wäre hundertprozentig drin. Ich bin einfach so gesprungen. Ja. Also einfach aus Langeweile so ein bisschen. So, weißt. Du kennst ja, wenn der nicht schon drin ist, einfach ein bisschen zu freestylen. Dann war er nicht drin. Also, der war schon drin, aber. Oh, sorry. Recht erwischt. War egal, ich hab den anderen weggeschubst. Alles noch im grünen Bereich. Oh, oh, der wäre so schön jetzt. Ach, der ist auch so schön. Scheiße. Oh, der ist aber nicht so schön. Nee. Ach so. Aber das gewinnen wir beide. Das gewinnen wir zwei nacheinander. Oh, fuck. Okay. Oh, oh, Kick-Off. Da habe ich gesehen, dass du schon so weit vorne bist. Ja, ich war schon ein bisschen sehr, sehr weit vorne. Das stimmt schon. Dachte mir so, yo, warum nicht? Das musst du ein bisschen safer spielen noch. Jetzt müssen wir die paar Sekunden noch irgendwie überstehen hier. Oh, aber er hat doch... Das kann ich, den Kick-Off. Den kann ich. Okay. Zorn weg da. Oh nein, der kommt scheiße, ne? Egal, ich bin im Tor. Höhenstink. Okay, das war's. Okay. Nice. Leute, wir haben zwei Runden gewonnen nacheinander. Das... Ja, vielleicht bald eine neue Challenge ausprobieren. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, was wir denn so ein neues, cooles an Challenges ausprobieren sollen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Dann vielleicht wieder eine neue Challenge oder nochmal die No-Boost-Challenge. Mal sehen. Hau da rein. Schreibt bei Niko vorbei. Bis dann. Macht's gut. Tschüssikowski. Bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017